Jetzt Bonus kassieren auf admiralbett.de Herzlich willkommen zu den Spieltagstipps. Neben mir ist Dietmar Demuth, der Trainer von der BSG Chemie Leipzig. Und wir werden uns heute den 14. Spieltag der Oberliga Süd anschauen. Erste Partie, Wacker Nordhausen 2 gegen Karl Zeiss Jena 2. Ja, ich gehe mal davon aus, dass Wacker zu Hause gewinnen wird, ein 2-1. Der FC Allenburg gegen Sie, gegen Chemie Leipzig. Ja, ich hoffe, das sind jetzt zwei Wochen, dass wir wieder in die Spur kommen, dass wir wieder zu Kräften kommen, dass wir wieder alles aus den Klamotten schütteln und dass wir dort erfolgreich sind. 1-0 würde mir lang. FC Inter, gegen die haben Sie heute gespielt, gegen Union Sandersdorf. Ja, man hat ja gesehen, dass sie stark sind, Inter, Sandersdorf. Die haben, glaube ich, gestern unglücklich verloren. 1-1. Dann Einheit Rudolstadt gegen Askania Bernburg. Äh, 0-0. Blau-Weiß Zorbau gegen den VfC Plauen. 1-3. Wismut Gera gegen den VfL Halle. 2-2. Dann Luckenwalde gegen Krischow. Äh, 1-1. Und der Ludwigsfelder FC gegen Hohenstein-Ernstthal. 0-0. Dankeschön. Bitte. Jetzt Bonus kassieren auf admiralbet.de Jetzt mitmachen und Tippkönig werden. Wie könnt ihr mitmachen? Schreibt uns eine Mail mit euren Infos und schon könnt ihr den Spieltag eures Teams tippen. Der Sieger erhält am Ende der Saison einen attraktiven Preis von unserem Partner Admiral Sportwetten. Wir freuen uns auf eure Tipps. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.